ja und heute springen wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde roblox tycoon mir ist gerade ein bisschen was passiert nämlich hat mich auf den aufnahmebutton gedrückt deswegen bin er habe ich jetzt hier schon ein bisschen angefangen aber was ich auf jeden fall so gesagt habe ist ich habe den topa hier gekauft die upgrade gekauft hier gerade zwei wände gekauft und dann habe ich realisiert dass ich nicht aufgenommen wurde aber jetzt passt alles kaufen und zimmer nicht es gab gar nicht warum der jetzt irgendwie nicht aufgenommen hat keine ahnung auf jeden fall irgendwie zu zweiter diese ganze schüsse waffenstand uniformen die können wir uns auch mal anziehen wenn wir nämlich ein richtiger poli jetzt schwert und pistole gerne gut sie habe ich doch schon so und mal zwei geld das passt das habe ich wegen der gruppe das habe ich gesagt hier ist irgendwas 100 auf jeden fall holen bei irgendwas 3000 so kaufen wir uns also müssen glaube ich das kaufen um mehr geld zu verdienen wenn ich das jetzt hier einmal tun werde so ok aber ich kann ja noch nichts bauen das heißt ich muss tatsächlich doch unten alles fertig machen aber hier 12.000 kostet das 855 gewesen ich will mich nicht hinsetzen aber dadurch dass ich eine gruppe bin brauche ich es nicht höre ja 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 in der ja 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 du naja ja ja und ja ja ich verstehe warum die hier nicht geladen wird egal müssen wir so machen jetzt müssen wir hier unten dort kaufen und dann nach zweite flora sagen aber so sieht das schon aus als sie das ist anscheinend die garage nicht die schon öffnen er hat aber das ist cool die hat sogar noch animation ok 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 das ist mal mega abgräder und ja das blitz also kann ich mir noch nicht kaufen somit wird noch 700 ja jetzt habe ich 10.000 dann sprach mal kurz auf 12 tausend und dann sehen uns gleich wieder da bin ich wieder denn wir haben jetzt die 12.000 so brauchen wir uns immer das zweite emergency lights ok gibt es dann so alarm interessant den muss ich jetzt immer nach unten rennen egal bekommen uns erst mal glas die habe ich auch perfekt immer wieder hoch also 10.000 kostet ein neuer ok perfekt 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 so ich habe jetzt mal kurz auf 30.000 gespart das heißt ähnlich aber aber ja also dann kaufen uns mal hier den 10.000 du opa und den 15.000 so das kann man hier denn eigentlich noch so alles kaufen Pitchen ok ne Küche Waffenstand kann ich auch kaufen weil das andere kostet alles zu viel 18.000 ja moin warum ein christmas mini annehmen weil es ist kein weihnachten ich glaube das ist noch so ein bisschen an weihnachten angelehnt also ich glaube das spiel wird irgendwie nicht mehr weiter geführt oder so keine ahnung aber ich bin dennoch leute also und watchtower was lässt ok auch so ja wir schon 25 ich warte hier die ganze zahl aber wir schon 25.000 so der art schatten aufgeräter kostet 40 also 75000 genau ich würde sagen ich also ich muss jetzt öfters karten weil das video dann selber zu lange geht wir sehen uns gleich wieder so leute ich habe jetzt auf 560.000 euro gespart und ich würde mal sagen wir kaufen hier mal paar dinge nämlich einmal den upgrader und den großen dingen so dann auch noch einmal den dropper und auch noch mal ein upgrade also jetzt sind wir leider schon bei 360.000 weil das hier alles sehr viel kohle kostet so aber wir können ja erstmal alles kaufen so kaufen uns ja auch mal die tablette so stairs die kaufen wir nicht weil die kosten gerade ein bisschen was wir kaufen wir erstmal alles durch so computer zack 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 shotgun und eine spot uniform so das brauchen wir erstmal nicht kaufen aha und die kann ich den alarm anscheinend anmachen können wir gleich mal gucken wie das so läuft so 80.000 für den so also merchen sie alarms und lights so ja auch noch mal für 1000 das verkaufen so wenn ich da irgendwie will mal gucken eigentlich leuchtet das auch so aber okay so aus wo komme ich denn jetzt hier weiter hoch aber okay so können wir mal gucken ob wir noch ein hier gibt es noch ein convoyer dann wollen wir uns den doch auch 50 und 75 habe ich sogar noch so äh glasholder brauche ich nicht unbedingt kaufen weil das passt auch so durch so okay ich würde sagen dann sprach ich mal wieder oh scheiße jetzt bin ich hier gefangen so dann sprach ich mal wieder auf das geld und dann sehen wir uns gleich wieder wir haben jetzt gleich eine millionen aber ich habe erstmal auf 900 7000 gespart fragt mich nicht warum hier das jetzt so orange ist da habe ich ich habe irgendwie irgendwas gedrückt gedrückt und dann kam das 100.000 kostet das jetzt 200 noch mal 200 und hier 10.000 ja kommen wir mal die wände habe ich kein geld mehr bei polis wir sehen jeder zelle das kaufen oder was das fünf schmutz egal dann mache ich das mal hier kurz da kann ich mich selber einsperren ja ich komme aber wieder raus weil wir gerade sagen aber man kann sich selber einsperren okay gut zu wissen okay jetzt haben wir noch 50 key das heißt wir brauchen auf jeden fall wieder geld ich würde sagen wir wollen dass wir mal kurz da da wir gehen mal kurz hier hoch so kann ich jetzt zwei sachen kaufen einmal bei police und einmal grüßen die bleiben eingesperrt alle können die raus wenn ich das aufmachen keine ahnung bei dormitory 150.000 ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn ich hier mal kurz wieder hate habe und ja bis gleich ok leute da bin ich wieder wir haben jetzt 1200 1,2 millionen ironies kaufen uns hier erst mal los hier wobei das gleich kommen uns hier erst mal das hier kurz so und so der ist genau die wollte ich mir holen so 2 4 600 1000 ok 600.000 brauche ich mann hier ist ja keiner drin kann ich das auch öffnen weil hier keine drin ist nur hier ja perfekt ok wie viel brauche ich jetzt mal 2 4 6 600 ich meine 750 wegen hier ok die monat 50.000 ja ok die monat 50.000 bruch so wir haben jetzt die 750.000 und dann kaufen wir einmal hier alles fertig so hier erstmal das und dann das dann auch mal hier auswählen so kommen wir uns hier nochmal das vierte so jetzt gehen wir mal kurz dahin wo das 150.000 dings ist müsste hier sein jo da ist es so perfekt nice 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 so ich würde es aber sagen das war es erstmal mit dem video wenn es euch gefallen das gerne liken ab und kommentar das würde mich sehr freuen und supporten auf auf da se Monitor wir haben jetzt euch 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 auf Untertitelung des ZDF für funk, 2017